Die Sonne ist es, die hier lacht. Die hell und warm die Erde macht und sinkt sie dann, wie es ihr braucht, dann kommt der Mond und leuchtet auf und tausend Sterne auf uns schauen, wenn Wolken nicht die Sicht verbauen. Die Hühner gehen dann zur Ruhe, jedoch die Menschen, ich und du, entzünden dann ihr eigenes Licht, verdunkeln gut, wie es die Pflicht und drehen alle Lampen aus, die man nicht braucht in seinem Haus. Am Werkplatz und auch im Büro macht man es heute ebenso. Und war es auch früher kein Problem, so ist es heute nicht genehm, wenn jeder nach dem Schalter greift und jeder Zähler Hochtour läuft, wenn unnütz mancher Strom versaut, auf den die Rüstung fest vertraut. Drum dreht nicht an, dreht lieber aus. Dann seid ihr Gegner Polenklaus.